So, bitte meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde, äh, ja, ne, nicht weitere Runde. Was ist das hier? Das ist, ähm, let's play together, ohne together, Fahrschein, Führerschein, Theorieprüfung im Internet machen und gucken, ob ich das Ganze überlebe. Denn in exakt einer Dreiviertelstunde sollte ich mich unbedingt zur Fahrstuhl machen, um das hier mal so zu tuten tun. Und deshalb lasse ich euch daran teilhaben, äh, wie müssen sie sich verhalten? Erste Regelung hier bei dem Ganzen. Ich weiß nicht warum, aber das spielt die Videos nicht, aber ich drücke auf Play, aber es passiert nicht. Und das, das zackt ein bisschen. Deshalb muss ich jetzt erraten, wie müssen sie sich verhalten? Warte, da drüben, ah, ich glaube, das kenne ich. Da drüben ist ein PKW, der kommt jetzt hier lang. Aber da ist ein Hindernis, ne, das liegt da auf der Straße und ich weiche nicht aus. Ich muss sofort stark abbremsen, aber nicht ausweichen, weil ich sonst in den Gegenverkehr gerate. Und, ist das richtig? Es ist richtig! Uhuhu! Ist das nicht unglaublich spannend heute? Ähm, Sie fahren in einen so gekennzeichneten, hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre... Ja, wenn er... Wahrscheinlich, wenn er heller leuchtet ist, brauche ich kein Abblendlicht. Ich fahre mit Tagfahrlicht. Ja, ich fahre ohne Licht. Ach, scheiße, Mann! Also, das schon mal nicht. Doch, das hier, so, komm, ne? Oder? Ach, Mist! Was? Was? Nee. Nee, was? Okay, merke ich mir für gleich. Welches Verhalten ist hier richtig? Wir haben eine Vorfahrtstraße. Wir wollen nach da abbiegen, aber der steht doch mittendrauf. Wie wollen wir da langfahren? Also, warte, ich darf. Na? Ich darf als erster abbiegen. Ich bin auf der vorfahrtberechtigten Straße. Oh, Scheiße, es wird eine Katastrophe, Leute. Nein, ich bin gerade nur ein bisschen nervös, weil... Oh, wir haben schon neun Fehlerpunkte. Gut. Äh, ab zehn ist Schluss. Welches Verhalten ist richtig? Ähm... Ich muss den Motorradfahrer vorbeilassen. Komm schon... Oh, ja, Gott sei Dank. Immerhin etwas. Ähm... Wie verhalten Sie sich? Den Fahrstreifen nach rechts wechseln, nachdem alle Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen vorgefahren sind. Deutlich nach rechts lecken, um eine Lücke im rechten Fahrstreifen zu machen. Fahrstreifen beibehalten und der Grund... Ja. Links abbiegen. Wenn ich mich falsch entschieden habe, dann muss ich damit leben. Das ist richtig. Gut. Welches Verhalten ist richtig? Äh, aha. Ähm... Ich fahre... Vor dem Bus. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. Ja, aha. Uh, wie schön. Oh, Leute. Es geht voran. Welches Verhalten ist richtig? Links abbiegen oder drüberfahren oder... Äh... Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen. Ich muss erst mal gucken, was hier überhaupt zu sehen ist. Wir können geradeaus fahren. Wir wollen nach links abbiegen, aber wir sind auf der... Vorfahrtberechtigten Straße. Ich darf zuerst... Ich. Immer ich. Das gilt immer im Straßenverkehr. Immer die eigenen... Oh, da... Direkt die linke. Weil es ist eine Einbahnstraße. Und da sollte man sich immer möglichst links einordnen, ne? Ah, guck dir das einer an. Guck dir einer an. Das ist doch nicht so schlimm. Ähm... Warum kann das hier rechts abbiegen hier gefährlich werden? Da ist Eis. Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, um Fuß... Ja. Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen... Ja. Weil mein Fahrzeug bei einem zu schnellen... Ja, komm. Alles. Und... Genau so muss das. Worauf müssen sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? Darauf, dass Wintersport nur auf den Gehwegen stattfindet, auf die Fahrbahn Schnee oder Eisklette herrscht, auf der Fahrbahn Wintersport betrifft. Ach, du Scheiße. Ja, oder? Ach, Mann. Natürlich muss da auch Eis drauf sein, weil sonst würde da... Ach, Mann. Was sind das für Fangenfragen? Ich hätte schon mal verkackt. Äh, wie sollen sie sich bei dieser Situation verhalten? Ein Typ drängelt. Ich will gerade überholen. Äh. Ich will einen Überholvorgang starten, ne? Abrechen und rechts einordnen. Wenn ich die Situation, die ich kenne, dann lieber mal einen Schritt zurück machen. Wusste ich doch. Alles andere... Ne. Ne. Weiterfahren, weil die Fahrbahn nur für den Gegenverkehr gesperrt ist. Ne, warte. Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten, weil der Mann, der schüttelt mir nicht die Hand. Der winkt mir nicht, wollte ich gerade damit sagen. Ähm. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? Äh. Ich. Weil ich vom Feldweg komme und Feldwege böse sind. Dead-Begründung. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? Achso, da war ich doch gerade. Oh Gott. Ich stehe unter Druck, Leute. Bitte verzeiht mir. Sie fahren an eine Straße. Was? Sie fahren auf dieser Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Worauf stellen Sie sich ein? Äh. Dass die Fahrbahn verengt ist wegen dem Scheiß, der hier liegt. Fußgänger laufen außerhalb der Fahrbahn. Ne, würde ich mich nicht mit ab... Ne. Fußgänger nutzen die Fahrbahn. Das halte ich für durchaus realistischer. Oh ja. Weil wer wartet da bitte durch den Schnee? Wie verhalten Sie sich im Bereich dieses Verkehrszeichen? Sie dürfen ein- und aussteigende Fahrgäste nicht gefährden. Das sollte man prinzipiell nicht tun. Sie dürfen parken. Ja. H steht verhalten. Gut. Irgendwie ist der Rest irgendwie geschwass. Was? Warum darf ich da halten? Ich bin doch kein Bus. Oder ist das... Hä? Das ist doch ein Busschild. Oh Mann. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Sie müssen die Fahrrichtungsendung nach rechts anzeigen. Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren. Ja. 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 Immer mal blinken zwischendurch. Das ist richtig so. Gut. Wir kommen dem Ziel langsam näher. Warum müssen Sie... Äh. Warum müssen Sie hier verzögern? Äh. Ja. Wenn der PKW mich tatsächlich überholen will, dann halte ich das für richtig. Ach Mann. Ist doch egal. Ah, jetzt. Komm, ist doch richtig. Genau. Ja. Wer muss warten? Der PKW, der aus dem Feldweg kommt. Ja. Der sowieso. Gerade eben musste ich warten, weil ich aus dem Feldweg kam. Jetzt kommt der aus dem Feldweg. Jetzt hat der zu warten. 19 von 20 Punkte. Äh. Äh. Was? Fragen. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Kuschelig. Wie viele Autos sind das denn bitte? Ja. Ich kann unvermindernd weiterfahren. Äh. Ne. Die Fußgängerin kann unnachtsam auf die Fahrbahn treten. Ja. Die ist blond. Ähm. Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. Dann bezweifle ich theoretisch, aber... Ne. Der kann das nicht. Der kann doch nicht einfach die Richtung ändern. Der muss sich doch benehmen. Ey. Komm. Komm schon. Du Hurensohn. Bah. Ich hasse Mofa-Fahrer. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf das Ende. Eines Spielplatzes. Nein, natürlich nicht. Eines verkehrsberuhigten Bereiches. Mein Fahrlehrer sagt immer, wir sollten uns mal einen Ball nehmen und vor der Fahrschule spielen, weil da ist auch ein verkehrsberuhigter Bereich. Äh. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Die letzte Frage, Leute. Achso. Die habe ich schon beantwortet. Ich bin ein Spasti. Ja. 18 Fehlerpunkte. Ups, das war wohl nichts. Sie hätten die theoretische Führerscheinprüfung leider nicht bestanden. Ja, gut. Dann mache ich mich jetzt mal los. Ja, scheiße. Jedenfalls. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gibt es eine ganz kleine positive Bewertung. Ich glaube, ich werde das noch öfters machen müssen. Leider. Jedenfalls. Äh. Ja. Wir hören uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ich teste da nichts kostenlos. Wir sehen uns. Wir sehen uns.